Die Männer von der Gera Firma Atrium Digital haben in den vergangenen Jahren alle 16 Werbebahnen des Jena-Nahverkehrs beklebt. Heute hatten sie nur einen kleinen Job zu erledigen. An der Straßenbahn mit der Reklame des Jena-Familienbündnisses mussten zusätzliche Sponsorenaufkleber angebracht werden. Das Besondere an der Straßenbahn ist, dass die seit 2007 im Namen des Bündnisses durch Jena fahren darf und Kinder für ihre Stadt werben. Wir waren damals sehr froh, dass der Nahverkehr und die Stadtwerke uns diese Möglichkeit gegeben haben. Mittlerweile war der Vertrag ausgelaufen und wir haben jetzt Bündnispartner gefunden, die das gemeinsam mit den Stadtwerken, dem Nahverkehr und der KWS ermöglichen, dass die Bahn jetzt für weitere drei Jahre durch Jena fahren darf. Sponsoren sind neben den städtischen Eigenbetrieben unter anderem noch Schott, Zeiss, die Sparkasse, Mazet und Kiesertraining. Dank ihnen wird die Bahn in den nächsten drei Jahren im Schnitt 18 Stunden pro Tag auf allen Linien mit der Familie Bündnis Reklame unterwegs sein.